Märchen aus tausend und einer Nacht Die Abenteuer Alis und Zahars aus Damaskus Ali, der Sohn Zahars, erzählte einst dem Kalifen Abdul Malik, dem Sohne Merwans, müsse, o Fürst der Gläubigen, Gott erhalte die hinter einer Främmigkeit, mein Vater Zahar aus Damaskus war ein sehr reicher Mann und stand in so großem Ansehen, daß die höchsten Staatsbeamten ihm häufig nachstehen mußten. Er lebte lange kinderlos und hatte manche schlaflose Nacht, wenn er dachte, daß alle seine gesammelten Schätze nach seinem Tod an Fremde übergeben würden. Eines Nachts, so erzählte mir mein Vater selbst, sah ich im Traum eine weibliche Gestalt, schöner als der Mond vor mir herwandeln, die mir mit einem Korallenmond freundlich zulächelte und dabei eine Perlenschnur enthüllte, deren Glanz sich bis zu den Wolken erhob. Auch ihre Stirn leuchtete wie der Halbmond, aber ihre Haare hingen wie die schwarze Nacht über ihren Nacken herunter. Ihre Wangen, welche Anemonen glichen, belebten ein paar Gazellenaugen, welche von Augenbrauen wie von einem Bogen umwelt waren. Ganz entzückt rief ich aus, »Gepriesen sei der edle Schöpfer! Bist du, meine Herrin, ein Mensch oder ein Genius? Denn ich habe in meinem Leben kein so schönes Weib gesehen!« Sie antwortete, »Wo denkst du hin? Seit wann sehen Genien mir gleich? Ich stamme von den besten Menschen her. Mein Name ist Phaha, ich bin die Tochter des Königs Mutaha, des Gebietes der Korallenstadt, welche auf einer Insel des Schwarzen Meeres nahe am grünen Meer liegt. Meine Vaterstadt wird wegen ihrer vielen Perlen, Korallen, Saphire und anderer Edelsteine von vielen Kaufleuten besucht, die ihr allerlei Lebensmittel dagegen bringen. Da ich aber keinen von allen schön genug fand, um ihn zu meinem Gatten zu wählen, machte ich mit der Einwilligung meines Vaters eine Reise, um einen Mann zu suchen, der würdig ist, mein Gebieter zu werden. Du bist aber der Einzige, dessen Frau ich sein möchte!« Ich fragte sie hierauf, »Und wo kann ich dich finden, um dich zu heiraten?« Sie antwortete, »In der Residenz meines Vaters, des Königs Mutaha, auf der Koralleninsel.« Und diesen Worten verschwand sie und ich erwachte und konnte die ganze Nacht nicht mehr einschlafen. Sobald Gott den Morgen hereinbrechen ließ, befahl ich meinen Dienern, Geld und Waren zusammenzupacken und alles Nöthige zu einer Reise nach Bagdad herbeizuschaffen. Mein Traum beschäftigte mich so sehr, daß alles in größter Eile geschehen mußte. Um nicht aufgehalten zu werden, ließ ich einen Teil meines Vermögens zurück und setzte einen Verwalter darüber. In Bagdad vertauschte ich meine Waren gegen andere, die in Indien am gangbarsten sind, und nach zehn Tagen bestieg ich ein Schiff, das nach Indien segelte. Der Wind war anfangs so günstig, daß, was es den Hafen verließ, aus einem Pfeile glich, der aus dem Burgen fliegt. Drei Monate lang war unsere Fahrt glücklich, aber am ersten Tag des vierten Monats wurde auf einmal der ganze Himmel schwarz. Die Wellen spielten hin und her, das Meer schäumte, der Wind blies bald von der einen, bald von der anderen Seite. Die Schiffsleute fingen an, laut zu weinen und den erhabenen Gott anzurufen. Aber plötzlich kamen vier Wellen von vier verschiedenen Seiten her und zerschlugen das Schiff in tausend Trümmer, so daß die Schiffsleute in den Abgrund des Meeres versanken. Mir gelang es indessen, mich an ein Brett festzuklammern, daß die Wellen drei Tage lang umhertrieben. Am vierten Tag aber legte sich der Wind, und die See wurde ruhiger. Da flehte ich Gott um Rettung an, und siehe da! Ein schönes Schiff mit großen Segeln steuerte auf mich zu, und als es dicht vor mir war, rief ein Mann von sehr ehrwürdigem Aussehen den Schiffsleuten zu, »Nun haben wir unsern Zweck erreicht, werf diesem Unglücklichen einen Strickleiter zu!« Ich ergriff die Leiter, die mir die Matrosen zuwarfen, und bestieg das Schiff, fiel aber vor allzu großer Freude über meine unerwartete Rettung in Ohnmacht und blieb bewußtlos liegen bis nach Sonnenuntergang. Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich vor mir einen goldenen Leuchter, mit zwei Wachskerzen von Mannsgröße, mit Ampra und Aloeholz besteckt, welche, so oft die Flamme sie berührte, die die edelsten Wohlgerüche verbreiteten, und daneben saß auf einem griechischen Teppich ein Jüngling in golddurchwirkte Seide gekleidet, von einem goldenen, mit vielen Edelsteinen besetzten Gürtel umwunden und mit einem grünen, smaragdenen Scepter in der Hand. Geblendet von so vielem Glanz schlug ich verlegen wieder die Augen nieder. Aber der Jüngling, der dies bemerkte, sagte mir, »O Zahir, was setzt dich so sehr in Verlegenheit? Wisse, daß wir dich schon zehn Tage auf allen Bergen und Meeren suchen. Außer uns segeln noch neun Schiffe deinetwillen umher. Alle abgesandt vom mächtigen König Mutar, Beherrscher der Koralleninsel. Gott lobt, daß wir dich gefunden haben, denn der König hat dem, der dich ihm bringt, zehntausend die Nahe versprochen.« Höchst erstaunt über diese Worte sagte ich, »Ich beschwöre dich bei Gott, sage mir, woher wußtest du, daß ich hierher kommen würde, und wie kennst du meinen Namen?« Er antwortete mir, »Wisse, ich bin ein Adjutant des Königs Mutar und wurde von ihm nach Syrien gesandt, um dich zu holen. Da hörte ich, du seist nach Bagdad gereist. Ich reiste dir nach, vernahm aber, daß du dich nach Indien eingeschifft. Später hörte ich, das Schiff, auf dem du dich befandest, sei verunglückt. Da berichtete ich es dem König Mutar, welcher sogleich zehn Schiffe auslaufen ließ, um dich aufzusuchen. Auch befall er den Offizieren, die er mit diesen Schiffen absandte, dich mit besonderer Auszeichnung zu behandeln.« Mir hielt er inne und überreichte mir den seidenen Überrock und den goldenen Gürtel, die er am Leibe hatte, ließ mir ein Täschchen mit verschiedenen Braten, Backwerk und Süßigkeiten vorstellen, und lud mich ein, nach Lust davon zu essen. Als ich gegessen hatte, sah ich in der Ferne auf dem Meer ein großes Licht, und als ich den Adjutanten darauf aufmerksam machte, sagte er mir, »Es ist gewiß das Schiff des Königs Mutara, der gemerkt hat, daß wir dich gefunden haben, und dir nun selbst entgegenzieht. Darum laß uns schnell auf ihn zusteuern, um ihn nicht länger in Zweifel zu lassen.« In wenigen Augenblicken waren wir in der Nähe des großen, hell beleuchteten Schiffes, auf welchem in der Tat der König Mutara saß, der uns freundlich zulächelte und zurief, wir möchten seinem Schiff ans Ufer folgen. Hier angelangt, verbeugte ich mich vor ihm und dankte ihm für meine Rettung. Er bewillkommnete mich herzlich, ließ mir ein herrliches Pferd vorführen, und ich ritt an seiner Seite durch die Stadt, deren Bewohner uns freundlich zujubelten, nach dem königlichen Schlosse zu. Am Vorhof des Schlosses, als die verschiedenen Adjutanten und das übrige Gefolge des Königs abstiegen, wollte auch ich desgleichen tun, aber Mutara gab es nicht zu, sondern ließ mich bis in das Innere des Palastes reiten. Hier sah ich eine Pracht und Herrlichkeit, die in meiner Heimat nirgends zu sehen ist. Der König führte mich in einen großen Saal, wo eine Schardina seiner harten, setzte sich auf einen Thron und hieß mich an seiner Seite Platz nehmen. Sogleich wurde ein Tisch mit allerlei Speisen beladen und vorgesetzt. Der König sagte »Im Namen Gottes« und reichte mir selbst die besten Bissen, wofür ich ihm jedes Mal die Hand küßte. Als wir gegessen hatten, wurden silberne und goldene Kannen und Waschbecken herumgereicht. Endlich sagte mir der König »Weißt du wohl, Saar, warum ich dich hierhergebracht und ich mit so vieler Liebe aufnehme?« »Ich habe eine Tochter, die Sonne ist noch bis heute über keinen schöneren und liebenswürdigeren Garten aufgegangen. Auch hat sie durch den Unterricht, den ihr eine alte Amme erteilt, in der Zauberkunst so weit gebracht, daß, wenn sie es wollte, sie in einer Nacht die ganze Welt von Osten bis Westen durchfliegen könnte. So oft kamen Gesandte aus fernen Ländern, welche im Namen von Königen und Prinzen um sie waren. Da sagte sie immer »Ich will zuerst mit meinen eigenen Augen meinen zukünftigen Gatten sehen.« Hierauf verließ sie mich und kehrte am folgenden Morgen wieder und sagte »Der gefällt mir nicht. Du kannst den Gesandten mit irgendeiner Entschuldigung entlassen.« Ich erwiderte ihr stets »Tue, was du willst, meine Tochter, ich werde dir keinen Zwang antun und dich mit keinem Mann verheiraten, der dir nicht gefällt.« Eines Tages, als sie auch in Damaskus war, um einen dortigen Prinzen zu sehen, der um sie werben ließ und auch ihn nicht nach ihrem Geschmack gefand, erging sie sich auf den Bazaren und in den Straßen der Stadt, und da sie nirgends einen Mann fand, der ihr gefiel, schlich sie sich durch Zauberkünste mitten in der Nacht von Haus zu Haus, bis sie endlich zu dir kam. Du allein hast ihr Herz besiegt und ihr so gefallen, daß sie dich zu heiraten wünscht. Sie wußte auch bald die Stunde auszurechnen, welcher du hier anlangen würdest. Gottlob sei Gott, der dich wohl erhalten und zur vorausgesagten Zeit hierher geführt.« Ich erwiderte, »O erhabener König, bin ich doch weniger als einer deiner Diener! Wie sollte ich mich dem Wunsch deiner Tochter widersetzen, wenn dir dessen Erfüllung genehm ist?« Der König begab sich hierauf in ein Kabinett, und nach einer Weile trat er wieder lächelnd heraus, ließ den Kadhi und die Zeugen rufen. Man schrieb den Ehekontrakt, streute Gold und Silber aus, bereucherte den Verlobungssaal und beschenkte die Dienerschaft. Als alles dies geschehen war, wurden auch der Kadhi und die Zeugen bezahlt. Dann sagte mir der König, »Stehe auf zur Herr und folge mir!« Ich stand auf, und alle anwesenden Vesire, Staatsräte und anderen hohen Beamten erhoben und entfernten sich. Der König führte mich dann durch sieben Gänge und sieben Gemächer, in deren jedem etwa tausend ganz junge, in Seide gekleidete Mameluken standen. Endlich kamen wir in den innersten Saal, in dessen Mitte ein Springbrunnen sprudelte und an dessen oberer Seite ein mit Perlen und Edelsteinen verzierter Elfenbeinerner Thron stand, der mit von Gold durchwirktem Adlers bedeckt war. Als wir dem Throne nahe waren, öffneten sich zwei Thüren, eine zur rechten und eine zur linken des Saales, und es traten aus beiden Thüren Sklavinnen hervor, welche Goldene, mit Juwelen besetzte Räuchermpfannen trugen, die den Saal mit Moschus und Ambratoft erfüllten, so daß ich glaubte, die Pforten des Paradieses seien geöffnet. Als ich eine Weile neben dem König saß, erschienen aus einem Seitenzimmer hundert Sklavinnen wieder Mond, mit einer Jungfrau in ihrer Mitte, welche wie die Sonne strahlte, so schön, daß weder die Zunge eines Menschen noch die eines Genius sie zu beschreiben vermag, und so reich geschmückt als eine Sultanin. Sobald sie mir näher trat, erkannte ich sie als das Mädchen, das mir im Trauma erschienen war. Ich verlor fast den Verstand vor Freude, vergaß alle Gefahr, der ich mich um ihretwillen ausgesetzt hatte, und pries Gott, den Schöpfer eines so vollkommenen Wesens. Als der König meinen Zücken bei dem Anblick saß, sagte er, »Wir ist meine Tochter? Nimm sie hin! Gott segne euch!« Der König entfernte sich hierauf, auch die Sklavinnen zogen sich mit Fahrhalt zurück, erschienen aber bald wieder mit ihr in einem anderen, noch schöneren Aufzug, und so gingen und kehrten sie zweiundsiebzig Mal mit meiner jedesmal anders gekleideten Braut wieder, bis ihre Stirn mit Schweiß bedeckt war, ihre Wangen wie Feuer glühten und mein Verlangen in den höchsten Grad erreichte. Da zog ich sie zu mir her, führte sie in ein Seitenzimmer, küßte und umarmte sie und sagte ihr, »O Freude meines Auges, wie wenig bedauere ich es, um deinetwillen Familie und Vaterland verlassen und mich der Todesgefahr ausgesetzt zu haben!« Sie erwiderte, »Auch ich hatte manch schlaflose Nacht, manche Mühe und Sorge, bis ich zu deinem Besitz gelangte. Ich mußte mir Menschen und Genienkönige unterwerfen, um jede Stunde bis zu deiner Ankunft hierher Nachricht von dir zu erhalten. Nun, gelobt sei Gott, der mir in allem beigestanden, laß uns jetzt alles Überstandene vergessen und uns ganz der Wonne und dem Genuß hingeben. Doch da niemand gegen die Tücke des Schicksals gesichert ist, gib mir wenigstens als Erinnerung an diese Nacht den Ring, den du da an deinem Finger hast.« Ich zog den Ring, den ich von meinem Vater geerbt, von meiner Hand und überreichte ihn ihr, und sie gab mir ein kostbares Armband dagegen. Ich schlief dann bald in ihren Armen ein, denn ich hatte schon lange nicht mehr geschlafen und erwachte erst, als die Sonne schon längst brannte. Aber wie groß war mein Schrecken, als ich die Augen öffnete und mich in einer öden Wüste befand, in der kein Mensch sich regte, kein Vogel einen Laut von sich gab, kein grünes Blättchen das Auge erfreute, wo sich nur das Geheul von Wehrwölfen und das dumpfe Murmeln von bösen Genien vernehmen ließ. Ich stand verzweifelt auf, sah mich nach allen Seiten um, entdeckte aber nichts als Himmel und Sand. Und da sagte ich den Spruch, dessen sich niemand zu schämen hat. Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott dem Erhabenen. Dann hob ich die Augen weinend gen Himmel und rief »O Herr, der du das Geheime wie das Offenbare kennst, erbarme dich meiner aus Liebe zu Mohammed, blicke auf mich herab mit deinem Auge, das nie schläft. Ich weiß ja nicht, wohin ich mich wenden soll, um gegen die brennende Sonne mich zu schützen.« Kaum hatte ich diese Worte vollendet, als ich in Ohnmacht fiel, und ich blieb regungslos liegen, bis die Sonne sich von mir wandte und eine frische Luft mich anwehte. Da stand ich auf und tappte in der Dunkelheit umher, ohne zu wissen, nach welcher Seite hin. Bald fiel ich aber, von Hunger, Durst, Müdigkeit und Schmerz erschöpft, zu Boden und schlief wieder ein. Da hörte ich im Traume eine Stimme, welche mir zurief »Sei ohne Furcht, Sahrer, deine Hilfe ist nahe!« Ich erwachte gestärkt und durch meinen Traum neu ermuthigt, und ging wieder bis vor Tagesanbruch aufs Gerad der Wohl vorwärts. Da erblickte ich in der Ferne etwas wie ein Feuer, und als ich mich demselben Meer näherte, sah ich, daß es eine Laterne war, welche auf einem Turm eines alten, festen, aber sehr hohen Klosters brannte. Das Kloster selbst war auch von tausend Kerzen und Lampen beleuchtet und schien sehr stark bewohnt zu sein. Ich war nur noch ein paar Schritte davon entfernt, da öffnete ein steinalter, schwarz gekleideter Mönch ein Fenster, steckte den Kopf heraus und rief »O Herr, Schöpfe der sieben Erden und der sieben Himmel, der gesalzenen Meere und der süßen Flüsse, der Dunkelheit und des Lichts, der du die Toten belebst und die Lebendigen tötest! Beherrsche dieser und jener Welt, O Gott, dessen heiligen Namen gepriesen seien! Dank sei dir für deine Huld und Erlösung bei deinen Versuchungen! Es gibt keinen Gott außer dir, du allein kennst das Verborgenste, bei dir allein, der du Jakob seinen Sohn Josef zurückgegeben, ist ein sicherer Zufluchtsort zu finden. Du allein bist der Behaftvergebende, darum, O Herr, verzeihe alle denen, die dir ungehorsam waren, und sende allen Unglücklichen deine Hilfe!« Ich warf mich, von diesem Gebet ergriffen, vor die Türe des Klosters und schlief vor allzu großer Mattigkeit bald wieder ein. Als ich erwachte, schien mir die Sonne schon heiß ins Gesicht, und ich fand mich von einer Scharmönche umgeben, die in ihren schwarzen Kutten wie Raben aussahen. Sie sprachen unter sich eine mir fremde Sprache, und als ich aufstand und sie grüßte, verstanden sie mich nicht, denn niemand erwiderte meinen Gruß. Nur ein alter Mönch, der am Fenster betete, drängte sich zu mir, grüßte mich in meiner Sprache und sagte, »Mein Freund bei dem Messias, wir leben nun in dieser Wüste seit unserem Alter von sieben Jahren, und nun zählen wir alle siebzig und achtzig Jahre, und bis zu dieser Stunde haben wir weder einen Menschen noch einen Gin erblickt, denn wir befinden uns hier auf einer viereckigen Insel, welche von allen Seiten vom Meer umgeben ist, und die so hohe Ufer hat, daß kein Schiff hier landen kann. Sie erscheint dem auf dem Meer Schiffenden wie eine weiße Wolke, und der Berg, der sie umgibt, wird der Diamantberg gemeint, ist aber so steil und unzugänglich wie eine umgestürzte Schüssel. Sage mir daher, wie es dir möglich war, hierher zu gelangen.« Als ich diese Worte des Mönches vernahm, sagte ich, »Bei deinem Glauben, bei dem verehrten Evangelium, bei der mächtigen, heiligen Maria. Sage mir, wie weit ist Damaskus von hier?« Der Mönch staunte mich eine Weile an. Dann sagte er, »Was sprichst du von Damaskus? Du befindest dich auf einer Insel des Schwarzen Meeres, das alle übrigen Meere samt dem Berg Kaff umgibt. Darauf hat man, nach den Berichten der Reisenden, welche an die Ufer dieser Insel kommen, zehn Jahre zu segeln, bis man das Blaue Meer erreicht. Auch dieses durchschifft man nicht in weniger als zehn Jahren. Es führt in das grüne Meer und letzteres nach einer abermaligen zehnjährigen Fahrt ins griechische Meer, welches nach bewohnten Ländern und Inseln sich erstreckt.« Ich fragte den Mönch, »Und woher habt ihr denn in dieser unfruchtbaren, trockenen Wüste Nahrung und trank?« Er antwortete, »Komm mit mir ins Kloster, da sollst du alles sehen.« Als ich in den Hof kam, sah ich eine Wasserquelle, süßer als Honig und frischer als Schnee. Sie war von allerlei Obstbäumen umgeben, auf denen die schönsten Vögel umherhüpften. Da ich schon lange nichts gegessen und getrunken hatte, bat ich den Mönch, mir einiges Wasser und einige Früchte zu reichen. Er führte mich auf die Terrasse des Klosters und hieß mich einen Augenblick warten. Ich sah mich um und war erstaunt, als ich beim hellen Tag in der Entfernung von ungefähr einer Tagesreise in eine schwarze Nacht hineinblickte und bat den Mönch, mir diese Erscheinung zu erklären. Er sagte mir, »Das, was du für die Nacht teilst, ist das schwarze Meer, das, wie ich dir schon gesagt habe, diese Insel umgibt. Doch komme jetzt und stille deinen Durst und deinen Hunger.« Er führte mich hierauf in einen herrlichen Saal, wo ein Goldener mit Perlen und Edelsteinen besetzter Tisch aufgetragen wurde, schöner als der des Herrn von Damaskus. Auf dem Tisch standen vier goldene Platten mit allerlei Fleischspeisen, frischen Fischen, Backwerk und ganz wohlschmeckendem Gerstenbrot. Alles war so vortrefflich und ich dabei so hungrig, daß ich in meinem Leben nicht so viel Lust am Essen hatte wie damals. Daß der Mönch bemerkte, daß ich satt war, brachte er mir allerlei Früchte, verschiedenen Aussehen, Geschmack und Geruch von den Unsrigen. Da sagte ich ihm, da doch der Zugang zu dieser Insel nach deinen eigenen Worten so schwer ist, woher habt ihr denn so frische Fische, so vielerlei Früchte und Fleisch und Gerstenbrot? Er antwortete, »Erzähle mir zuerst, wie du hierher gelangt, dann will ich deine Frage beantworten.« Ich erzählte ihm nun alles, was mir, von meinem Traum in der Heimat bis zu dem Augenblick, wo ich vor der Türe seines Klosters erwachte, widerfahren. Als ich vollendet hatte, stieß er ein lautes Gelächter aus und sagte, »Wisse, mein Freund, wärst du nicht so etwas Großem, bestimmt, so hättest du nie die Strecke von Damaskus hierher zurücklegen können, denn die Insel, auf welcher der König Muthar herrscht, liegt zwischen dem grünen und dem griechischen Meer, also sehr weit von deiner Heimat und von hier. Was aber deine Frage in Bezug auf unsere Früchte und andere Speisen angeht, so sollst du alles erfahren. Folge mir nur.« Er führte mich hierauf wieder in den Hof des Klosters und von hier in einen unterirdischen dunklen Gang. Aber bald kamen wir wieder ins Freie und befanden uns auf einem Boden, der wie Silber glänzte, vor einem kleinen See, dessen Wasser süßer als Honig und kälter als Schnee war. Um den See herum blühten die herrlichsten Blumen und die schönsten Fruchtbäume, auf denen die Vögel in den verschiedensten Sprachen Gottes Allmacht priesen. Ich war wie berauscht vom süßen Duft dieser Blumen und vor Entzücken über all diese Herrlichkeit ganz außer mir. Der Mönch fragte mich als dann, »Habt Ihr wohl in Eurer Heimat auch solche Lustgärten?« Ich antwortete, »Nein, bei Gott, eine so wundervolle Anlage gibt es in der ganzen Welt nicht mehr.« Er sagte mir dann, »Nun blicke auch einmal zurück.« Ich drehte mich um und sah etwas, daß eine Wolke am Himmel glich, und fragte, was das wäre. »Das ist,« erwiderte der Mönch, »der Berg, auf welchem unser Kloster liegt. Es liegt so fern, daß es von hier nur einer Wolke gleicht. In der Nacht dagegen hält man es für einen Stern wegen der vielen Lampen, die darin brennen.« »Nun weiß ich, woher Ihr Getreide und Früchte nehmet, doch wie kommt Ihr zu Perlen und Edelsteinen und frischen Fischen?« »Wisse, mein Freund, das hier angrenzende Meer steigt zuweilen bis hierher. Wenn dann das Wasser sich zurückzieht, bleiben gewöhnlich Fische zurück und auch viele Perlen und Edelsteine, an denen dieses Meer sehr reich ist.« Wir blieben nun am Ufer des Reiches bis abends sitzen, da bemerkte ich die Lichter des Klosters wie kleine Sternchen über mir, und nach der Versicherung des Mönches sieht man sie bis auf eine Strecke von zehn Tag reisen. Wir wollten eben wieder den Rückweg ins Kloster antreten, da hörte ich von jener Seite her ein so mächtiges Geschrei, daß die ganze Insel bebte. Ich fuhr zusammen und fragte den Mönch, was dieser Lärm bedeute. »Meine Messias«, erwiderte der Mönch, »ich habe manche Nacht ja allein hier zugebracht und nie das mindeste Geräusch vernommen. Ohne Zweifel sind fremde Seethiere auf die Insel gekommen, die nun aber mit den einheimischen Thieren im Kampfe sind.« Wir stellten uns dann auf einen hohen Stein, der vor dem Teiche lag, und sahen uns nach allen Seiten um. Da entdeckten wir überall kleine fliegende Lichtchen, die sich gegenseitig verzehrten. Auch sahen wir bewaffnete Männer in der Luft, gegen andere mit Schwert und Lanze kämpfend. Dann stießen zwei Armeen zu Pferd aufeinander mit einem Kriegsgeschrei, das die Erde wankte. Das blutigste Gefecht dauerte eine Weile fort. Endlich gingen die zwei Heere auseinander, und es stellte sich ein alter ehrwilliger Graubart, von schönem Aussehen, jedoch halb blind, zwischen sie und rief mit lauter Stimme, »Schonet doch euer Blut, ihr thörichtes Volk, und reibt einander nicht gegenseitig auf wegen eines Fremdlings, der weder König noch Prinz, sondern nur ein unbedeutender Mensch von der gewöhnlichen Klasse ist.« Dann trat dem Alten ein Mann in Elefantengestalt entgegen, sein Name war Thut, hoher Felsen, und sagte ihm, »O, unser Vater, bei dem Siegel unseres Herrn Salomo, der Sohn Davids, unser Herr, der König Muthar, ist ganz unschuldig an diesem unheilbringenden Krieg. Das ganze Übel kommt von diesem verhochten Teufel Shulahek her, der ist in unser Land gedrungen, hat unser Heiligtum entweiht, einen fremden Mann namens Zahar entführt und ganz allein auf die Insel gesetzt. Wir wollten weiter nichts als diesen Fremdling nach dem Befehl der Prinzessin Fahar zu uns nehmen, ihn beschützen und wieder in die Korallenstadt zum König Muthar bringen. Da widersetzte sich uns der Räuber Shulahek, und so entspann sich der mörderische Kampf, dessen du Augenzeuge warst.« Der alte Halbblinde, sein Name war Abu Tawwaif, erwiderte hierauf, »Es so, König Thut, Shulahek ist nicht so sehr zu tadeln, wie du glaubst. Die Prinzessin Fahar, welche so viele Menschen und Genien durch ihre Schönheit bezaubert, hat unter andern auch Shulahek und seinen Bruder Shalhuk in das Netz ihrer Liebe gezogen. Sie bekriegten sich daher aus Eifersucht, und nach langem Kampf gelang es Shulahek, seinen Bruder zu töten. Als er aber nun um Fahar anhielt, wurde er von ihr zurückgestoßen, und sie zog ihm einen fremden Mann aus Damaskus vor. Darum gab er sich Mühe, ihr diesen zu entreißen, und darum flog er mit ihm auf diese entlegene Insel. Darauf sagte Thut, »Und warum habt ihr ihn nicht umgebracht?« Der alte antwortete, »weil er doch die Rache Fahars und ihres Vaters fürchtete. Darum zog er vor, ihn hierher zu setzen. Aber verdient wohl ein Geschöpf wie Zahar, das ihr um seinetwillen euch so bekriegt?« »Du hast recht,« antwortete Thut, »indessen gebührt dem Fremdling Schutz und Beistand. Zahar ist übrigens ganz unschuldig, dazu thue ich weiter nichts, als den Befehl meiner Herrin Fahar vollziehen. Mir ist indessen selbst lieb, wenn ihr den Frieden zwischen uns nach eurem Gutdünken herstellen wollt. Aber ich frage euch alle, bei dem Siegel Salomos, der Sohn Davids, Friede sei mit ihm, ist einer unter euch, der seinen Gast dessen Feind ausliefern würde?« Sämtliche Genien antworteten, »Nein, das würden wir nicht thun, aber sollen wir wegen eines hergelaufenen Menschen uns noch länger bekriegen.« »Es ist wahr,« sagte Abu Tharwaif, »der Mensch hat viel Unheil unter uns gestiftet, da aber sein bitterster Feind sein Leben nicht anzutasten wagte, so wäre es doppelt Unrecht, wenn wir ihn thöteten. Bring den mir einmal her.« Bei diesen Worten sprang ein Genius aus der Luft auf mich los und trug mich vor Abu Tharwaif. »Weißt du,« sagte er mir, »daß ein ganzes Heer Genien um deinetwillen aufgerieben worden ist? Sage mir einmal, wie du es wagen konntest, dir eine Gattin zu wählen, um die so viele Könige und Genien vergebens warben.« Als ich ihm hierauf meine ganze Geschichte, von meinem Traum bis zu meinem Spaziergang mit dem Mönch erzählte, sagte er, »Ich beschwöre euch, Thut und Shulahek, macht eurem Kampf ein Ende und entlasset eure Scharen. Ihr kennt ja die List und Macht der Königin Farha. Dieser arme Mensch ist ganz unschuldig. Ich will ihn durch einen meiner Diener in seine Heimat zurückbringen lassen.« »Das darf nicht sein,« sagte Shulahek, »wenn ihr ihn nicht thöten wollt, so soll er doch nicht frei in seine Heimat ziehen, wo meine Geliebte sich bald wieder mit ihm vereinigen könnte. Laßt uns ihn ins Meer werfen. Steht Gott ihm bei, so wird er sich retten. Wo nicht, so mag er untergehen, und wir sagen der Königin Farha, wenn sie uns mit einem Krieg bedroht, bei dem Anblick des blutigen Kampfes zwischen uns hat er die Flucht ergriffen.« Dieser Vorschlag fand allgemeinen Beifall, und schon wollten einige Genien mich wegschleppen, als auf einmal unzählbare Lichtchen und Flämmchen zum Vorschein kamen und furchtbare Stimmen hörbar wurden, welche riefen, »Thut es nicht! Thut es nicht! Wir sind Abgeordnete der Königin Farha, welcher euer Vorhaben bekannt wurde, und die uns mit dem König Seisam, der sogleich hier eintreffen wird, zur Rettung Zahes hierher gesandt.« Als Abu Thawai auf den Namen Seisam, Gebieter des Götzentales vernahm, wurde er ganz blaß und sagte zitternd zu Shulahek, »ich habe wohl gedacht, diese verruchte Königin Farha wird alles aufbieten, um ihren Geniebten nicht zu verlieren. Jetzt hat sie meinen teuren Sohn Seisam für sich gewonnen, der wird euch alle vernichten, wenn ihr dem fremden Menschen, dessen er sich annimmt, etwas zu leide tut.« »Berschließe, was ihr gut denkt,« rief Shulahek dem Alten zu, »nur lasse Zahehr nicht mehr zu Farha zurückkehren, das könnte ich nicht ertragen.« Abu Thawai gab dem Wunsche Shulaheks nach und beredete seinen Sohn Seisam, zu erlauben, daß Zahehr wieder in seine Heimat gebracht werde. Als sie sich aber nach mir umsahen, war ich verschwunden und nirgends mehr zu finden. Da sagte Seisam zu Shulahek, »Gewiß hast du ihn von einem deiner untergeordneten Genien wegbringen lassen, um ihn im Verborgenen aus der Welt zu schaffen.« Shulahek schror aber bei dem Siegel Salomos, er wisse nicht, wo ich hingekommen und glaubte, Seisam habe mich der Königin Farha geschickt. Bald hätte sich aus diesem Mordwechsel ein blutiger Kampf entsponnen, wenn nicht Abu Thawai if sie beschworen hätte, so lange zu warten, bis es sich herausstellen würde, was aus mir geworden. »Ich selbst,« setzte er hinzu, »übernehme es dann, den Schuldigen zu bestrafen, und wäre es mein eigener Sohn.« Mein Vater Zahir, fuhr Ali fort, den nach der göttlichen Bestimmung ein widerspenstiger Geist, Dalhudsch genannt, im Augenblick, als die beiden Genienhäupter miteinander stritten, aus ihrer Mitte entführte, wurde auf dessen Schloß, das auf einer Insel mitten im Meere der Dunkelheit liegt, getragen, um dort, weil er veranlaßt und zu einem so mörderischen Krieg zwischen den Genien war, gepeinigt zu werden. Dalhudsch ersann alle möglichen Qualen für ihn, ließ ihn sogleich in Ketten legen und in einen finsteren Kacker werfen. Des Abends, als er beim Wein saß, ließ er ihn holen und zur Belustigung seiner Trinkgenossen durchprügeln. Dann ließ er ihn in einer Ecke stehen und schüttete ihm jedes Mal, wenn er von neuem einschenkte, das Überbleibsel des Bechers ins Gesicht. Ali erzählte weiter, »Mein Vater hatte mehrere Tage hindurch so viel zu tulden, daß sein Wächter, der Geist Mifraj, ihn bemitleidete und, statt ihn nach den Vorschriften Dalhuds auf verschiedene Weise zu quälen, seine Leiden durch freundliche Worte zu mildern suchte. – Gerne, sagte er ihm, würde ich dich in ein von Menschen bewohntes Land zurückbringen, aber eine Strecke von zehn Jahren trennt uns von der Welt des Lichtes, die wir nicht ohne die größte Gefahr zurücklegen können, und wo wären wir sicher vor dem gottlosen König Dalhudsj? Der würde uns bis ans Ende der Welt verfolgen.« Während aber Mifraj auf diese Weise fortfahrend meinen Vater versprach, soviel es von ihm abhinge, seine Lage erträglich zu machen, trat plötzlich Dalhudsj ins Gefängnis und schwor bei der Dunkelheit, nun müsse Mifraj für Zaha leiden, und ließ ihm sogleich tausend Prügel geben. Mifraj stellte sich ohnmächtig, bis Dalhudsj wieder das Gefängnis verlassen hatte. Dann machte er sich schnell auf, entfesselte meinen Vater, nahm ihn auf den Arm und flog mit ihm die ganze Nacht durch über die Wolken hinauf. Dann sagte er ihm, »Weißt du, Zaha, daß wir schon eine Strecke von zehn Jahren zurückgelegt haben?« »Voller Staunen«, rief mein Vater, nicht bedenkend, daß ein Genius bei dem Namen Gottes vernichtet würde. »Es gibt nur einen Gott, und Mohammed ist sein Abgesandter.« Kaum hatte er diesen Spruch vollendet, da fiel ein feuriger Pfeil vom Himmel auf Mifraj und verbrannte ihn. Mein Vater aber fiel zur Erde herunter, ohne sich jedoch zu beschädigen. »E.A.P. Productions«